so leute und damit begrüßt euch zu der vierten folge von der stream aufnahme leute die letzte folge dann ist das schon leider auch vorbei vielleicht auch noch eine folge müssen wir mal gucken mit dabei ist der geronimo der ist auch mit auf dem server und mit dabei noch in der partie ist der maxi gamer und der aussatz wir werden jetzt hier in der folge dann im stream ein bisschen hier wolle fahren weil ich will dass diesen boden hier endlich fertig kriegen und wenn wir das gemacht haben leute dann hier habe ich gefahren genau ich will den boden machen und dann bauen wir unseren geheimen raum und ja hast du vielleicht wollen wir nehmen dürfte ich die sieben haben die du hast okay dann schon habe ich schon mal wieder ein bisschen was leute wo ist die farbe die orangen so okay dann habe ich jetzt schon mal wieder sieben wolle leute in die gleich ein bisschen wolle fahren beziehungsweise schafe an einer stelle kann man keine 17 jährigen das geht nicht so ich gehe mal ein bisschen kommst du mit ja ich brauche mal ein schlaf okay lass erstmal schlafen egal kommt zu mir ich habe dort zwei du bist unterm haus leute bei mir töten dann mal bitte schläfst du ja okay gut dann einmal dann einmal auf dem wir brauchen so ein halbes deck das wird zwar eine weile dauern aber dafür sind streams da leute ihr habt euch auch gewünscht dass ich die streams aufnehmen das heißt da können doch mal so ein paar langweilige szenen dabei sind ja was ist denn stimmt dankeschön ich nehme mal hier diese ganzen kühe oder somit ja zwei folgen oder treffung habe ich schon geguckt was von war alter wir sind aber in der gegend hier sind keine chance ich bin für wem bist du alles wir müssen da hinten hin ich bin ich bin für team nein also revie und für dener und für sarah zorn sturmwaffel weil sarah zimmern übrigens youtuber ist ja ich glaube irgendwie letztlich wird gewinnen mit dr banks nicht nur das wir haben auch zweite folge direkt ihr hast gefunden ja aber die haben die sind schon voll dir die müssen jetzt eigentlich nur noch warten bis alle auf dem server sind dann sind die instant tot noch niemand ich habe geguckt noch niemand hat die errüstung außer die die sind voll dir ich weiß weil die dna und so die haben die erschwerten der spitzacken moment nur gemacht naja wer hat schon den neuen kanal von denen abonniert sein neuer ich bin so behindert von dna ja jetzt hat der dna von der laden und jetzt noch nur mal gehen ich bitte dna von der laden ganz hinten und den und einen neuen kann er machen der felix von der laden ja ne der fast drei million abos und jetzt hat er aber dna kriegt auch voll viele abonnenten auf seinem neuen kanal der tja 100.000 ein schaf endlich oh mein gott ich hab ne heiße hülle hey ich krieg nur eine wolle hb da hier geht's raus alles klar naja immerhin was ich musste gleich die erfahrung folgern kommt von sarah zu hier habe ich nicht geguckt er hier bin alles klar genau hast du müssen dann teleportier dich einfach teleportier dich hatte ich bin kurz auf ok weil ich mich hat das video angucken ok jo alles klar du streams noch nicht oder er ich habe ja gestern schon acht stunden gestreamt und er hat noch nicht mal zu ende gebracht warum hat er das überhaupt gemacht ich habe keine ahnung weil irgendwie internet internet und dann hat er dazwischen nicht gern bock mehr ich verstehe ihn manchmal nicht hey warte mal lass mal schmiede suchen hatte hat das ja schmiede ich gehe dahin lass mich bitte ok ja was ich in deinem nicht verstehe ist in der party ist dein headset gut aber wenn du videos machst was mich abfaktor in einer größeren party sind da ist immer so ein echo ja das ist aber nur bei luke ach genau ich will noch kaktus und werde ich auch mitnehmen weil ich will unbedingt eine kaktus wand machen also als zaun bei mir ich habe dann ganz neue idee die bei crafting world ich habe einfach noch gold und eisenerz dabei ähm hey lol lol da sind mehrere wie geil ist das denn ey was haben wir für lack gerade jungen warte mal das ist orange wolle das brauche ich nein da kann man sich runter bauen was ist das das ist leben egal oh mein gott zauber buch jungen guckst du mal in die kisten schmaragde warte alter alter was ist das denn geiles leute ey alter alter wenn du da bist ne stärke 4 alles klar alter wie nice ist der wir haben 10 t also hat ich kann mich nicht hochbauen ich kann mich nicht hochbauen nope red und aussagt nein es geht es geht warte warte ja mehr komme ich nicht so leute ich brauche eine labakuelle irgendwo irgendwo oh lol leute ich wollte ihn einfach nur ein bisschen weg tun weil ich hier hoch will k 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 okay also scheiße nein alles klar ich renne ich renne ich gehe schon mal in den nächsten tempel alter wie nice ist das so was ist das denn hier alter oha das ist ein ganzes labyrinth alter wo geht es hier hin es ist das hier sind wir du glaubst du glaubst hier nicht was wir gerade gefunden haben junge du glaubst es einfach nicht ich wollte schafe holen weil wegen meiner orangen wollen dann haben wir tempel gefunden hier ist hatte zauberbuch zwei stück mit stärke 3 eine menge 3 tnt 4 smaragde dias und ja noch ein bisschen eisen und so was sagst du dazu stärke 3 buch ja zweimal alles klar wie nice ist das denn ich mache mit büchern und hoff zu hoffen und griechen stärke 3 buch weil ich weiß sie mal die spüche machen die da kommen lassen lassen mal weiter lass mal weiter suchen alter wenn wir weiter so glück haben dann finden wir noch noch dann habe ich gleich 10 zwar hatte was braucht man noch mal für ein buch zuckerrohr und leute wenn wir alter das wäre mega nice wenn jetzt hier ich baue die ab ich brauche die für meinen weg alter wenn wir die finden das wäre mega nice wenn wir noch so ein zettel oder wir teleportieren uns dann einfach zu azad was du willst aufnehmen ja wenn ich mein haus dann warte ich will sie euch zu mir noch nicht weil wir sind gerade ein neues projekt machen gerade mal warum ja 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 ich werde warum hier machen schon wieder neues projekt was mit kraft dazu ein wie die größeren youtuber die machen ja warum vier und haben wir das dahinten schon erobert das dahinten ich mache auch da ist ich mag es ich mache mit bei barofi ok ok können wir ein team sein wollen wir ein team sein lol mini zombie ok warte ok warte jetzt ganz kurz da sein ja ok jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu diesem video heute mal crafting world mit den lieben ray snake und maxi hallo was für maxi kann mich mein platz body hab jetzt bald ist halt nicht in der welt er ist nur in der parte und ja leute ihr seht ich habe nichts an aber das wird sich jetzt sofort ändern hier lass mal einfach da hinten hingehen mit so einer schönen tierrüstung mit einem tier schwert sechs der mann habe ich ja und an zuschauer von azad ihr glaubt nicht was wir gerade von namen tempel mit übel viel äh quip alter op er quip ich glaube der der dings hat auch hier dings gefunden europäische video kommt von bewertung der europäische und ja die leute maxi gerne weiß aber das machen wir eigentlich jetzt nicht ich sag mal ich will jetzt nicht sagen aber eigentlich nicht so viel sinn macht weil das geht eine folge dann weil man kann ja nur zu acht also in einer dings sein was man kann es können ja nur acht leute in einem spiel sein das mache ich das ja auch alles klar dings wo bist du eigentlich ja wir sind soweit entfernten und mittlerweile dings wann max wann willst du warum sie überhaupt beginnen wenn die acht spieler haben die mitmachen wollen dann beginnst du fort ich hab jetzt schon bock auf warum ich auch das liegt dann machst du damit bei war ja ok dann hätten wir eigentlich schon mal ein maxi ja ok drei spieler ich spiele ja mit und du auch weil drei spieler sind ja schon der ist ja schon auf dem red killers zimmer hier könnte ich ja das video dann machen ja schon tipp ok es gab es genug macht auch bestimmt mit glaube ich schätze nicht bock aber ich gehe mir nicht mit lupe das wird wieder streit geben also ich gehe auf jeden fall maxi ich denke patrick macht auf jeden fall mit georgi macht auf jeden fall mit macht wahrscheinlich auch auf jeden fall mit ok gleich geht es lustiger seid dann bitte leise weil es geht gar nicht los alter das wie weit bist du holy moly was ist da oben da hinten das beleuchtete was ist das das ist das jetzt schick ich es lol wir sind bei luke wie seid bei luke alter wir sind jetzt einmal um die ganze welt gerannt alles ernsthaft wir sind jetzt wieder da ja wir verzaubern direkt mal ein buch was gibt es da alter was sorry 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 soll ich ein buch machen mit efferenz 1 mach doch was was ist das lohnt es sich okay habe ich mir geholt ja was heißt oh mein gott aber nice stärke 1 alles klar naja ok wer auch immer da eine musik an hat nö aus ne jup ok nice stärke 1 das ey ding ähm mach ich den mal damit stärke oh fuck my love wenn ich ihn zum beispiel adde weil da er grade spielt kann man kann es sein dass man stärke 1 nur auf bogen machen kann ja gell ok also ich hab so einen op bogen dann warte wo ist meine diaf bezacke da ich brauch holz was brauch holz hat jemand ne axt kann ich ja und jo wahrscheinlich schon spieler den kurs gehen mir keinen bock äh wie kann kann ich irgendwie meine spitzhack wieder verbessern dankeschön achso das ist kein also ich brauch eine eisenspitzhack dafür oder herzlich willkommen zu einem erneuten video auf meinem kanal heute wollte ich ein ach so hä das ist doch ein baum oder nicht an eh oh sorry und ähm auf jeden fall wird kraftat haben noch weitergehen es werden dann jetzt zwei projekte geben an kraftat haben und war und hier auf der ps4 wieder meine psn name ist in der video beschreibung ganz oben und ja wenn ihr mitmachen wollt schreibt einfach euer psn name in kommentare oder die jetzt mitmachen wollen und die ich schon als freund habt schreibt mich auf der psn einfach dann an und schreibt einfach in die kommentare muss ich die auch anschreiben äh in die kommentare schon weil ansonsten verkackert sich wieder und vergessen also schreibt einfach euer psn name in die kommentare und wenn ihr mich schon geändert habt dann schreibt einfach in die kommentare dass ihr mitmachen wollte und das reicht auch schon äh crafted time geht dann jetzt weiter die jetzt mitmachen wollen einfach in die kommentare schreibt einfach euer die kommentare schreibt einfach in die kommentare ob ihr mitmachen wollte oder nicht damit wenn ich das video ähm und ja guckt euch einfach jetzt das qsg video noch an wenn ich jetzt nicht sterbe wäre es geil und ja das war's mit dem video und ja für war auf ihr habt euch bitte maxi ja ich habe meine frage wenn sich heute noch acht leute bewerben er gesagt sieben oder achte 8 machen begehen wir dann heute schon schon wenn uns heute acht leute werden dann geht's los wenn ich dann nicht glaubt ihr überhaupt dass welche das gruppen werden weil ich denke die werden erst ja 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 mein warum viel ist ja so ne ich weiß es nicht keine ahnung bei kraft und haben zum beispiel nach zwei tagen habe ich 109 aufrufe aber wo darf man doch nur spielen wenn man aufnimmt oder ja also ich meine man darf nur warum wird nur gespielt wenn man aufnimmt man muss nicht aufnehmen aber man sollte es nur spielen wenn man aufnehmen wenn die folge dann zu ende ist und dann darf man kein warum spielen also man darf jetzt nicht fort provozieren dann hervor was also bei mir ist es dann so ich werde 15 minuten aufnehmen und dann enden also man hat 15 minuten zeit für eine folge dann beenden wir das und dann geht man zum war raus man darf dann nicht weiterspielen oder also da also sondern wir haben einen goldapfel ich werde halt die leute kicken nach 15 minuten kicke ich die leute jetzt schon 15 minuten da waren ja es geht gerade es soll ich auch mit machen für warum hier ja mach ich besser dann haben wir nicht mehr chance leute was geht ab und herzlich willkommen zu diesem kleinen video ich wollte nur mal bescheid sagen das war hoch vier bald beginnt vielleicht auch noch heute aber wir brauchen acht leute sie die sich hier bewerben und ähm also falls ihr mitmachen wollt schreibt in die kommentare ähm was soll was ja also schreibt dann in die kommentare wenn ihr mitmachen wollt war hoch vier einfach das sind schreiben dann seid ihr direkt dabei und in der video beschreibung ist dann noch mal psn namen verlinkt dann müsst ihr mich halt noch hätten und so aber nur für die leute die ne ps4 haben die ps3 als für die leute die ps3 spielen leider geht das nicht ja und das war es dann mit diesem video also falls ihr euch gefallen hat dann like das abonniert mein kanal kostenlos aber die blitz bei dir ja und ich kann die folge abwenden und ich kann nochmal von neu aufnehmen meine mutter ist reinkommen ok wartet yo leute was geht ab und herzlich willkommen zu diesem video das ist nur ein angelegungsvideo denn warum wir werden auch bald war und hier begehen und wir brauchen halt noch leute dafür blitz bei dir auch davon video gemacht und ich wollte nur bescheid sein falls ihr mal mitmachen wollt dann schreibt es in die kommentare und ja schreibt dann in die kommentare ähm warum vier in der video beschreibung verlinke ich euch dann nochmal meinen psn namen denn aber das ist auch nur für die leute die dings eine eine preis ist ja noch gar nicht nein ich schreibe den einfachen die kommentare dass man nicht verlinke ich ja und das was er mit diesem video verheiratet dann bleibt es aber nicht mehr können kostenlos aber nicht blitz bei dir das war der dauer von mir macht das ist auch schon 3 2 1 2 ja 3 2 1 ja 4 2 1 2 2 1 1 2 2 3 Und dann